Salut, liebe Leute! Mein Nummer zahl, Primalja! Genau, hei, letzte Kerl haben wir abgeheilt. Dann gucken wir, ob wir das gerne in den Kampf packen. Ouch, ouch, das ist keine gute Straftatung. Bam, hei! Die p'ti buff, die du dir auf! An, an! Bam! Bitch! Hei! Wie ist das? Ne, 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 ne! Autsch! Alle, ne, ne, ne! Okay, okay! Ich muss weiterpunchen, ich hätte gedacht, ich sollte kontren in einem Moment. Alle, probieren wir nicht zu hart auf den Knapschern zu drücken. Als ich gesehen habe, wenn ich ein Audio-Opnehm habe, dass du alle einzelnen Tasten in den Genre gehen als Tone rauskennst. Uuuuh! Oh! Oh! Hey, gib mir einen Telefon, wenn du tall genug bist, um die Rides zu drehen! Du wirst dich durch den K***! Solitär! Kasschen! Ich bin nicht hier! Eieieiei! Eieieiei! Und so verbringen wir den Zeit an Bing anscheinend. Oh, ne, ich bin ans Solitärzahle jetzt. Schmerz! Wo ist das Toilett? Du schaust ihn? Hab Spaß! Ich will! Danke! Glocke! Hach! Glocke! Hey! Hey! Alright! Hach! Ja! Okay, ich soll selber trüppeln, ich will verstehen. Ja, ja, ich will verstehen. Chapter 2. Infernal Place. Das war schon ein Kapitel 2, hä? Salut Leute! Ähm, gut geschläuft. Und die Heutentrapen? Hey, sieke Prisoneiro. Sie sind ein Nate und Drake. Ich schwarze so viel Scheiße, das ist normal. Wow, den Detail gefällt mir. Wie die Ranzwasser, die Gullyhof läuft. Also im Allgemeinen, das habe ich gut geschafft. Gut, gut geschafft. Naughty Dog, Naughty Dog. Leute freuen immer mit nur Crash Bandicoot und so mit. Das ist mal nicht, Leute. Da werde ich mich ein bisschen enttäuschen, mit Naughty Dog mit den Sans-Hun-Crash-Gönnen mit. Die ist momentan bei Activision. Solange sie den nicht zurückkaufen, wird Naughty Dog kein neue Crash Bandicoot machen. Die ist in der Der hurtig, der ist nicht so sicher. Die sind vom Bist du an? Okay, heute geht es einfach zu schlau. Aha, ich kriege den Häusern Disziplin gelayert, oder was? So, leere den nicht. Wow, wow, machen wir los. Ich will die Leute absweisen, ja? Was willst du machen, was willst du machen, was willst du? Oh, raten. Ah, okay, ich muss nur da. Nicht mal nicht gemerkt, dass ich den falschen Weg hole. Idiot. Oh, du hast den Strahlber aufgeschlagen. Warte mal. Ja, das ist nicht sketchy at all. Oh, du hast mich nicht geschickt, die Base-Base-Flick zu spielen. Watz. Aber heute sind definitiv Toiletten. Hat gesagt, fisch doch muss dich aus, das ist unsere Pferdesprache. Oh, heute ist es schön gering. Oh, hier sind wir. Okay. Hey, du hast diese Pferde aus, oder was? Ich will in. In? Whatever you hope to find up there, I will in. Come on, Argus, the deal was just to get us in and out of here, that's it. Just? I'm sticking my neck off for you, Gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes, I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my E-Mates, but here we are. Just be careful with that, it's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's group. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled up the biggest heist in history, and got away with it. I looked them up. It's great. Over 400 million dollars worth of gold and jewels, all for one single ship. Okay, the plot, fact 2, the best that I should survive, is that good, Bob? What do you want? The riches of paradise. It's a metaphor. No, 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 no. No, 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 no. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. All right. I'll tell you what. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, we can take this up with Rafe. Come on. Let her. Por favor. And the laser is really going to run around. That's a bit of a stupid thing, huh? I mean, you're really going to get up to the Shards of Crane. So much. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah. You did it just over there. Under the work table. By the crates. Okay. I mean, look at the entire right place. I have a nice reflection about that. Well, what do we do then all the time? Yeah, but now you don't get up. And then you don't have a joke. All right. Let's do that again. Let's do that again. Let's do that again. Let's do that again. Highlight next. Weehee. Okay. Okay, I understand what this here is. Wow. That's not so good. That's honestly. If you look at the right, if you look at the water, you react. That's weird. Okay. Okay. Well, now we have to go to the right place. So that we can go to the right place. That's always logical. Offensichtlich. So, jump, 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 jump. Perfect. Come on, no piece of cake. What do you do? Oh no. Light not anymore. Ah, you light up. Bingo. Now we're in business. Alright. This should do the trick. Alright, this should do the trick. Oh, there's the prison cell. Okay, we have to go up there. That's a problem. Let's see here, let's go up here. Here we go. Here we go. Here we go. Voilà. Okay. Now, that's it. Now we're just behind the gate. That's it. Now we're ahead in the next part. Now we're going to go up there. When it comes to go up there. Now we're going to go up there. Now we're going to go up there. für mich, Entschadetfeion. Allez, ciao!